Ja, das tut mir so leid, man. Der fragt immer nach, äh, I'm awesome, so, hey, können wir mal spielen? Und dann sag ich so, nein, weil ich nehm auf. Das ist voll traurig. Alli, hallo, ihr Lieben. Da draußen hier ist wieder euer GigaGrevy und wir sind wieder in Overwatch und spielen hier Arcades. Ich hab schon alle, äh, wöchentlichen Belohnungen geholt und jetzt will ich aber Koop-Vergeltung spielen auf Experte. Und wie gesagt, das ist voll, voll traurig, weil I'm awesome so, hello, wanna join us? We're doing the event, buddy, I'm sorry, but I'm just online for another recording session. Have this heart, have this heart and feel blessed, I'm awesome, I'm with you all the time. Can I McRee please? Can I please go McRee? I can't play Genji? Ich denke, du erhältst Gelegenheit, dich zu beschäftigen. Ich wollte gerade sagen, oben, rechts, links oder wo? Nämlich immer unter. Genji! Lass mich hier zur Hand gehen. What are you doing? Genji! What are you doing? Loll. Den hab ich nicht gesehen. Den hab ich nicht gesehen. Da hat er McRee abgestaubt. Also, nicht abgestaubt, da rasiert er das. Ja da du da da li 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 Uuuuh Kaaap Buzi Alle Mann, alle Mann durch die Tür Wo oben Ach nee. Oh, wir haben die Scharfschützin in dem normalen Modus. Oh, Gott sei Dank. Bei allen Helden kommt nämlich so eine komische Assassinen-Pussy. Die ist richtig doof. Wow, das ging schnell. Der McCree bekommt immer so viel Schaden. Weiter. Ui, 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 jetzt. Ui, das wollte ich auch jetzt. Alter, fahr weiter. Ich hab immer noch meine Ult. Schon mal ganz nice. So, jetzt wird's spannend. Ah, das kriegen wir hin. Ich habe sie. Okay, Leute, können wir jetzt mal irgendwie, ne, also so, ich hab keine Ult mehr. Ich hab keine Ult mehr für den Fetten. Ich hab keine Ult mehr für den Fetten, weil ich so dumm bin. Jetzt kommt nicht der Fette. Achtung. Boah, der kriegt viel Damage. Ui. Oh. Guten Tag. Gut. Oh, das war nice. Deswegen ist halt McCree richtig viel. Wie er erst mal seine eigenen Kollegen mitnimmt. Beugt euch meinem Willen. Hallo, guten Tag. Wir sind Däumchen drehen gewohnt. Das ist so geil, wenn ihr immer so gegen die Wände schießen, ey. So easy. Nein. Du wirst sterben. Du wirst sterben. Zack. Kommen sie her, kommen sie her, kommen sie her, 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 kommen sie her, kommen sie her, kommen sie her, 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 her. Ich bin gleich da. Sieht nur zu, dass die Landeszone sauber ist. Ich nehme mir den Besen und gehe her an, wie es hier ist. Übrigens, guck mal. Hallo? Hallo? Pssst. Der Typ soll reden. Nein, nicht, nicht, nicht. Nein. Nein. Der sollte doch mit mir reden, Jungs. Ach, was macht ihr denn für Zeug, ey. So, da unten ist schon mal der nächste. Kaboom. Oh, die Bauernheilung. Hoppala. Ich darf nicht vernachlässigen, hier zu heilen. Gerade in dem Modus ist der Stoch recht wichtig. Loll. Boah, ich dachte schon, die Hälfte ist voll auf mich abgesehen. Boom, 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 boom. Ich bring euch alle um. Boom, 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 boom. Ich bring euch alle um. Da, 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 da. Ach, nee, nicht die schon wieder. Oh, oh. Hier ist nicht schlecht. Als ob. Ah, Jungs und Mädels. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Ich habe alle wiederbelebt. Alter Schwede, ey. Was war das denn für eine Aktion? Oh Gott. Das kann ja auch keiner gegenheilen. Ei, 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 ei. Meine Güte, ey. Wir haben schon, wir haben schon vier Sterne. Wir brauchen nur noch einen Stern, dann haben wir alle fünf. Geil. Mit messerschärfer Logik. Jetzt der Fette. Ey, gerade diese, diese kleinen Typen, die werden nämlich gern mal ein bisschen vernachlässigt. Da weiß man nie so richtig, dass die so viel Damage aussahen. Ja. Kannst du den irgendwie... Nein. Nein. Wir sind alle tot. Wir haben es nicht mal geschafft. Wir haben es nicht geschafft. Will Blackwatch win in the next match? Hmm. We will find out soon. Ey, das ist ja richtig doof. Und ich level nicht mal auf. Ey, das ist doch traurig. Ey, das ist doch traurig. Guten Tag. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Wie mache ich mir aus Sicherheitskräften ein Geschnetzeltes. Ach nein. Macht doch nicht so viel Schaden. Was soll denn das? Boom, 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 boom. Ich bringe euch alle um. Na, 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 na. Ich gehe dich kurz mal bitte nicht so viel Schaden. Nein, 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 nein. Das ist doch sehr toll gemacht. Als ob er das Match verlassen hat. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Ich wollte es doch nur noch mal probieren. Ich wollte es doch nur noch mal probieren. Das Ding ist halt auch, wenn jemand stirbt, passiert ja nichts. Das ist ja nicht so, als hätten wir dann irgendwie Nachteil, sondern wir müssen halt einfach nur wiederbegeben. Also klar, er fehlt halt in dem Moment, aber gerade jetzt macht das ja nichts. Das war's, Bruder. Mega nice, Mann. Super nice run. Danke für den Lieber. Thumbs up war super. Okay. I see.